Hallo zu noch einem Video von mir. Ich spiele Rage Mode. Das ist mein zweiter Aufnahmeversuch von Rage Mode, weil ich vergessen habe auf Aufnahme zu drücken. Kann passieren. Den habe ich nicht gesehen. War so wie drauf ist unter mir. Der hat mich ge-nemesis-killt. Und geaxt. Ich wollte eigentlich nicht das hier aufnehmen. Dazu ist es gekommen. Okay. Es ist zu der Aufnahme hier gekommen, weil ich es nicht geschafft habe, eine ordentliche Runde Speed OHC hinzubekommen, die ich eigentlich haben wollte. Und Speed OHC wäre schön gewesen, aber ich habe keine eine Runde vollbekommen. Leider. Ich musste zehn Runden spielen. Und in der ersten Runde hatte ich einen total inkompetenten Teammate. Hätte ich gewesen sein können, war ich aber nicht. Und der hat halt nicht wirklich viel gemacht. Und dann in der zweiten Runde hat sich ein Premium-Team-Ed. Habe erwartet, dass er was macht. Aber er ist in der Schutzzeit gestorben. Ich hoffe, ich kann die Runde hier gewinnen, aber so wie es aussieht nicht. Und wie man weiß, in der Schutzzeit sterben ist jetzt nicht so das Beste. Ich bin dann auch in der Schutzzeit gestorben am Creeper. Aber erst später. Ich finde mir das jetzt nicht übel, dass ich schlecht bin. So wie ein Creeper gestorben bin. Okay, das hat mich überrascht. Kann man einen Show kaufen? Werde zu einer Rakete. Das ist irgendwie ein großes Löch, muss ich kurz mal anmerken. Und die dritte Runde, die ich aufnehmen wollte von Speed-UHC. Belief besser. Ich habe sogar zwei Kills bekommen. Das war erst in der UHC-Spiele. Aber die zwei Kills waren jetzt nicht die zwei besten, die man hätte machen können. Es war eine Dreier-Runde diesmal. Und der erste Teammate ist noch in der Schutzzeit gestorben. Ich weiß nicht, ob was. An Creeper oder an Lava. Und der zweite Teammate hat überlebt. Überraschenderweise. War nicht zu schlecht. Kann jetzt nicht unbedingt einschätzen, wie gut der in PvP war. Das einzige Mal, wo ich ihn kämpfen gesehen habe, ist er gestorben. Ja. Das ist auch der Weg, wie wir verloren haben. Ich gehe mit. Das hat mich überrascht. Ich habe gleich Gottes Licht. Ich hoffe, ich kriege das zusammen. Ich werde es wahrscheinlich vorher gewinnen. Ah, war knapp. War knapp. Ich weiß jetzt nicht ganz, wo ich stehen geblieben war. Ich spamme meinen rechten Knut. Er hat mich verplayt. Einfach besser als ich. Er ist einfach besser als ich. Gebe ich zu. Die Map gefällt mir aber auch irgendwie nicht. Das war komisch. Bin ich gut gemacht, würde ich sagen. Ich treffe nichts mehr. Winx ist jetzt wieder da. Und wir haben, obwohl wir besser gespiffen als die Gegner haben, 2v2 verloren, weil mein Teammate keinen einzigen Schlag getroffen hat. Konnte dann auch nicht mehr viel anfangen mit der Runde. Also bin ich auch einfach gestorben. Ich sage ziemlich oft also. Ich hoffe, dass ich eine gute Rage Mode reinbekommen kann. Damit ich, damit der Herr Game of All etwas für den Donnerstag hat. Ich nehme das am Mittwoch aus. Und er hat mir gesagt, er braucht was für Donners hat. Also werdet ihr für mich heute, für euch gestern, ein Video bekommen haben. Sage ich voraus. Obwohl das Video hier ist später release. Bei Magier. Ich werde das nicht gewinnen. Kann ich auch direkt voraussagen. Der war gut. Perfekt in dem Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie man ordentlichen Commentary macht, weil ich normalerweise nur Video über die Regierung mache. Deswegen hoffe ich, dass ihr mich nicht zu sehr fasst. Bitte gerne 30 Punkte. Auch für Gottes Licht oder auch wie ich es nenne, eine Nuke. Ich habe zwar nie COD gespielt, aber ich glaube, so hieß das. Wenn man ein 15-20er Kills gekackt hat. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier überhaupt editieren soll. Weil ich mich nicht wirklich so damit auskenne, wie man Minecraft Videos macht. Wird schon irgendwas, das hätte ich schon hinbekommen. Nimm jetzt das Kill mit der Arctus. Das ist mies. Ich mag es nicht ohne Musik zu spielen, aber anders geht es nicht. Wie viel kostet die Geschwindigkeit? 15 Emeralds. Obwohl ich nicht. Also Geschwindigkeit hat mir für zwei Leben, habe ich gerade festgestellt. Und es hat ziemlich gut funktioniert, habe ich auch gerade festgestellt. Was für ein Zufall. Der war perfekt. Verständigkeit? Oh Gott, er hat wieder gewonnen. Naja, ich beende es wahrscheinlich hier mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich werde diesmal nichts hinten dran fügen, weil das wahrscheinlich schon dann genug ist. Und viel Glück bei was auch immer ihr morgen machen müsst in der Schule. Falls ihr Schüler seid. Ja, das war's.